hallo meine lieben freunde und willkommen zu einer weiteren folge von avori und trade ist gerade aufgefallen wo ich hier gerade so ein bisschen mal die schiffe durchgeguckt habe dass ja wie soll ich sagen mir aufgefallen ist das first trade kein wasser mehr verkauft das heißt erst mal güter kaufen liebe ich eigentlich wasser beliebig wasser 20.000 kaufen dahin du fliegst du einmal wo haben wir denn diese schöne große maisform gesehen gehabt na wo war die denn güter verkaufen wasser mit liebig und zurück und güter kaufen wasser 20.000 kaufen so ab und stahl weinfabrik da weiß ich ja nicht ob sie das annehmen bringen wir mal da über weizfarben soll eine dann güter verkaufen wasser beliebig geht's dahin güter verkaufen wasser wasser ich liebe ich jetzt hier zurück güter kaufen kommt jetzt wieder 20.000 so schrottplatz meine hier hinten war auch was güter verkaufen güter verkaufen wasser beliebig so das ist dann immer ein wechsel dann ist das eine größere handelsroute dann klappt das auch schon oh wurde gerade trinium fertig gemacht ist doch schön raffinierte ressourcen sind dann auch jetzt gerade ein paar reingetrudelt abfragzeit läuft in zwei minuten aus okay abfragträger ich bin da hinten hergestellt Jumper? Du fliegst hier mal die ganzen Punkte ab, wo wir alle beiden was verboten. Wo wir alle mal was vermuten. Abwrack läuft schon in zwei Minuten aus, das ist doch schön. Und Drohne betreten. Hm, verkauft Wasser. Und Wasser ist so wertvoll, oder was? So, und die produzieren ja auch. Abwrack Trägerschiff, da bist du ja mein alter Freund. Ich bin gedockt, oder? Ich bin gedockt. Jäger. Ich bin gedockt. So, wir wollten ja auch mal ein paar Jäger einkaufen. Müssen wir mal zu einem Ausrüstungstopp fliegen. Ich bin gedockt. Ich bin gedockt. Ohn. Umjägerfabrik geht auch. so solar solar oder ausrüstung handeln raumjäger oh er bergbaum titan jägerschaft aber man hat hier ja güterschiffe ee 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 See you and goodbye. Geschwindigkeit. 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 Gibt keine Staffel mit passendem Typ für den Jäger. So, Staffel. Geschwindigkeit. 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 raumjäger wieder kommen alle weg weg kauf schon gute glüterschiffe hier die sind nämlich auch schon nicht schlecht die kriegst du es nicht hin mit dem kommandant gebraucht anheuern kein kommandant ist da ein kommandant da war ja nichts so fliegen wenn man dahin vielleicht wenn wir da man kommandanten nachher laden kommandanten bitte oh diese sektor wird von einer anderen fraktion angegriffen heute für mich so habe ich denn da immer schön ausreiten hier wir wollen ja nicht aus Versehen uns einmischen passt doch alles wo ist das problem also ich höre schon einen eisen und titanen schrubt dran leckt aber ganz schön gerade gar mal ein bisschen abstand halten ein kreuzer der darf ruhig drauf gehen das sieht aus als der theatrinium ne ist so schön auf die tal kreuzer wieso passt doch alles ist los komisch macht doch alles hier um die q zuzuweisen komisch na geht der gleich drauf das wäre schön das ist ein metrinium schiff liebe freunde liebe freunde wie es natürlich weiter geht das seht ihr dann in den nächsten folgen von aburigen trade wünsche mir bis dahin noch viel glück bis zunächst mal ciao schrank 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 Untertitelung des ZDF, 2020